Nach dem letzten Livestream befinden wir uns nach wie vor noch im Oktober und die Silage ist quasi auf halbem Weg fertig zu sein. Das heißt, jetzt mit dem letzten Auftrag haben wir noch mal richtig gut Geld bekommen und wir sind kurz davor, dass die Silage auch noch fertig ist. Das heißt, wir können bald richtig viel verkaufen. Also, ich schaue natürlich als erstes, was hier hinten unsere Silage macht. Alter, ich bin ja echt gespannt, wie lange das noch braucht und wann das Ding fertig ist. Hier haben wir es. Die Silage ist bei 96%. Na, vielleicht kriegen wir das bis zum Abend sogar noch fertig, oder? Da müssen wir gar nicht warten. Andererseits ist die Frage, welcher Monat, wann bringt denn die Silage mehr? Und ich meine, je später im Jahr, umso mehr bringt es. Ich gucke mal direkt nach. Wo haben wir denn Silage? Da ist es schon. Silage. Und hier, also, wir sind jetzt hier im Oktober. Das heißt, im nächsten Monat macht es noch mal einen richtigen Sprung. Wir warten auf jeden Fall bis in den nächsten Monat. Und theoretisch noch mal etwas weiter würde es noch mal mehr bringen. Aber bis dahin haben wir ja theoretisch noch mal Silage fertig. Und ich wüsste auch nicht, was ich damit in der Zwischenzeit mache. Hätte ich also Ballen, irgendwann habe ich natürlich auch Silage Ballen, dann kann ich die schön das ganze Jahr über so lange liegen lassen, bis wir hier richtig schön im Januar, Februar verkaufen können. Aber so lassen wir das natürlich auf jeden Fall noch in den nächsten Monat reingehen. Ja, hier muss ich natürlich auch noch mal gucken. Wachstumsphase 1 von 3. Das Feld muss gepflügt werden. Das Feld muss gewalzt werden. Ich habe keine Walze. Und da gucken wir jetzt mal eben rein, ob ich hier tatsächlich noch walzen kann. Ob ich mir eine Walze kaufe. Pflügen, das machen wir beim nächsten Mal. Und düngen und solche Sachen. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Aber mal drüber walzen, da sollten wir schon noch mal gucken. Und zwar gucken wir mal hier bei den Anhängern. Und dann bei den Grünlandpflegeanhängern. Ja, guck mal hier. Das sind die Walzen. Also, da gibt es diese. Die wird sich wahrscheinlich irgendwie ausklappen. Oder so Sachen. Ja, wie auch immer. Die wird mit Sicherheit irgendwie zur Seite ausgefahren. Und dann walzen. Die hat eine Breite von 4 Metern. Und was haben wir hier? 26.000. Eigentlich, also, schon teuer. Aber auch eigentlich gar nicht so teuer. Und das ist natürlich auch groß. Brauche ich denn das? Information. Standard. Mit Sämaschine. Oh, dann kostet die fast 30.000. Okay, das ist natürlich maßlos übertrieben. Aber wenn ich vielleicht irgendwann mal ein großes Feld hätte, dann wäre das doch was, oder? Mit Sämaschine. Das heißt, ich hätte, ich würde, ich könnte, ich könnte säen und gleichzeitig walzen. Oder walzen und gleichzeitig säen. Das ist in den Dingen. 6,30 Meter Breite. 16.000. Boah, ey, das ist mir aber sehr viel, ey. Guck mal, für 16.000 habe ich hier so ein einfaches, komisches Ding, so eine olle Trommel mit 4 Meter Breite. Und ich sag mal, nur, für nur 10.000 mehr, hätte ich hier das Riesengerät. Das ist ja uncool, ey. Brauche ich das denn wirklich? Das ist ja ein Ding. Weißt du was? Ich werde mal die, das erste, die erste Ernte werde ich einfach jetzt mal so verstreichen lassen hier. Und gucken, ob ich denn hier mit dem Gras auch einfach so zurechtkomme. Und in die nächste, guck mal, hier steht Herbizid, Unkraut wachsend. Ob das nicht einfach auch so geht, ey. Das muss ich einfach, ich riskiere das jetzt. Ganz einfach, das wird jetzt einfach riskiert. Ringsherum hier, da kann ich ja auch noch überall ein bisschen Gras abernten. Ich denke schon, dass dann die nächste Silage deutlich mehr wird. Ja, das läuft ja auch noch nach wie vor hervorragend mit den Bienen. Der Fuhrpark wächst und gedeiht. Das ist richtig, richtig nice. Das macht auch richtig Bock, dass man sich schön Stück für Stück immer neue Geräte leisten kann. Das ist schon richtig nice. Ja, das heißt, wir gehen als erstes, würde ich sagen, nochmal in einen Auftrag rein. Der letzte Auftrag war ein großer Heu-Auftrag. Nicht Silage-Auftrag, Heu-Auftrag. Auch der hat viel gebracht. Der hat, ich meine, um die 18.000 oder ich glaube, 16.000 waren es. Genau, 16.000 ungefähr an verkauften Heu gebracht. Und dann haben wir 21.000 ungefähr an Auftragsboni bekommen. Also, wir wurden bezahlt, konnten auch noch Heu verkaufen. Also mussten, glaube ich, ungefähr nur 50% von dem ganzen abgeernteten Heu nur abgeben. Der Rest war komplett für uns. Das war schon richtig nice. Und jetzt gucken wir mal eben rein, wie es denn aussieht. Gibt es denn hier nochmal etwas, was so einigermaßen ertragreich ist, sein könnte? Natürlich, guck mal hier, Verträge hinzufügen. Da kommt noch ein bisschen was rein. Das ist gut. Und ich sehe hier auch gerade schon was. Hier gibt es zwei Felder, die zu grubbern sind. Und weil ich einen eigenen Grubber habe, mache ich die bestimmt. Das sind einfach nochmal schnell verdiente paar Tausend, ohne was ausleihen zu müssen. Und der Rest wäre dann wieder pflügen, 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 ernten. Oh mein Gott, hier, guck mal. Zuckerrüben, aber ohne Witz. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Solche Aufträge, da bist du einfach, guck dir diese kleine Maschine an. Da wirst du einfach kirre. Also wer von euch sowas macht, maximalen Respekt. Ballenpressen, gibt es das mit einer entspannten Maschine? Ballenpressen, Viehhandel, Viehhandel, Bio. Hier ist die Lage, Feld 17. Bringt bestimmt auch wieder richtig gut Cash. Auch das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die ich mir schon überlegt habe. Ob ich das nicht mache. Und, weil wir ja jetzt auf einmal hier extremes finanzielles Wachstum hatten. Das ist ja der Oberhammer. Weißt du, den einen Monat hier noch am Hungertuch genagt. Und auf einmal sind die Kohlen wieder drin. Jetzt ist natürlich die Überlegung, ob ich mir nicht vielleicht doch auch noch direkt eine Ballenpresse hole. Oder? Ich könnte sofort Silageballen machen. Das heißt, ich würde das Fahrsilo fast gar nicht mehr gebrauchen. Mann, 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 Mann. Das sind so Sachen, ne? Da kommst du dann aber auch irgendwie nicht so richtig hinter, ne? Letzten Endes kann ich aber das Fahrsilo ja auch immer noch verwenden. Ballenpressen. Hier sind sie. Ballenpressen. Und was ich beim letzten Mal schon gesagt habe, jetzt muss ich mal eben gucken, ist das Gerät mit drin. Es gibt ja eine Ballenpresse. Ja, das ist sie. Oh mein Gott. Das Teil hier. Das kostet 110.000. Aber es würde sich, glaube ich, lohnen, da drauf zu sparen. Denn das ist die Fast Bell von Giants mit reingebracht im Modpack. Und mit dem Teil kannst du eben dann auch drüber fahren. Das wickelt halt schön ein. Lässt das Ding dann wieder raus. Also, das ist hier auch ein Gerät. Das ist aber auch teuer, ne? 110.000. Mann, 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 Mann. Ach du schon, was ist das denn hier? 300.000. Und was es hier alles gibt. Und ich dachte gerade, ich hätte viel Geld. Haha. Ja, Mann. 30.000 auf der hohen Kante. Alter. Ja. Da würde ich sagen, willkommen zurück auf dem Boden der Tatsachen. Äh, wir löschen das hier mal alles wieder. Die ganzen Gedanken stellen wir mal eben wieder hinten an. Und backen wieder kleine Brötchen. Ich gucke mal eben nach den Aufträgen, die da zu grubbern sind. Also, Feld 52 und Feld 77. 52 ist doch hier vorne. Ja, das ist direkt hier um die Ecke. Das ist auch nice. Das machen wir. Und 77 ist hier. Ist ein bisschen größer. Aber ich würde sagen, die ziehe ich mal eben durch. Ich nehme die Aufträge an. Und, ähm, dann werde ich hier schön durchgrubbern. Und danach. Genau, das war das Feld aus dem Livestream. Äh, Livestream nachzuschauen auf Twitch. Da kann man da einfach in den VODs, in den Videos, das nochmal nachgucken. Das war schon ein Akt. Das war schon wirklich ein Akt. Äh, hat ziemlich lange gedauert. Bis, äh, bis 1 Uhr nachts oder was. Also, da haben wir schon ziemlich lange dran gehockt hier. Ähm, mit den ganzen Maschinen, mit den ganzen Geräten. Umwenden, Heu machen und so weiter. Also, es war schon, war schon eine Tour. Aber war auch geil, weil letzten Endes auch vom Ertrag her hat sich das übelst gelohnt. Und es war einfach, ich finde, es ist auch gar nicht so langweilig, ne? Ähm, ja, trotz allem. Also, rein da in die Aufträge. Wir grubbern. Ähm, akzeptieren und akzeptieren. Und ab in die Karre. Und dann geht es los. Ähm, es gab schon ein paar Mal die Anfrage bezüglich der Mods. die ich hier drauf habe. So, mal eben hier wenden. Ähm, würde ich sagen, mache ich vielleicht mal ein extra Video zu, oder? Welche Mods ich hier gerade verwende. Ähm, beziehungsweise welche ich hier drauf habe. Ob ich die verwende, ist ja wieder ein anderes Ding. Dann glaube ich, steht verkehrt rum, oder? Hä, wo ist denn jetzt vorne und hinten? Ne, doch, so ist richtig. Äh, ich verwende, glaube ich, gar noch nicht alle. Also, ich habe so ein paar Sachen schon drauf. Ähm, aber wie gesagt, verwende nicht alles. Vielleicht einfach mal, äh, äh, auch in die Kommentare schreiben, was du meinst. Äh, wäre das was für ein extra Video, oder? Äh, letzten Endes wird das wahrscheinlich auch nicht so großartig. Vielleicht machen wir das einfach mal an einem Anfang von einem Video. Und dann, ähm, geht es danach noch irgendwie ein bisschen weiter oder so. Aber ich glaube, da können wir auch gerne einfach mal reingucken, was da, wie gesagt, gerade in Verwendung ist. Oder, äh, was ich halt vielleicht demnächst verwende. Ich hatte mir heute gerade noch wieder was runtergeladen. Äh, zum einen, äh, zum einen, wie gesagt, diese Fastbell. Das hatte ich mir, äh, gerade noch runtergeladen. Und, ähm, was war das noch? Ach ja, genau. Einen Ablageplatz für den Honig. Das hatte ich mir auch noch drauf gemacht. Ist es das Feld? Ich glaube schon. Ähm, das heißt, dass man diesen Ablageplatz für den Honig ein bisschen größer gestalten kann. Da muss ich dann nochmal gucken. So, Grubban, 52. Ich drücke immer M. Ist das S, ist 52. Ja, perfekt. Wir gehen rein hier. Alt C, GPS ist an. Äh, Steuerung S. Automatische Breite setzen auf 5 Meter. Spurführung machen wir an. Wir gehen auf A, Richtung. Setzen A, Richtung. Und sehen das jetzt. Dann fahren wir erstmal noch ein bisschen, ein bisschen zur Seite hier. So. So. So sieht das doch ganz gut aus. Und jetzt müssen wir bloß hier mit Alt Bild drauf runter. Nochmal hier die Spur ein bisschen anpassen. So. Ich würde sagen, wir machen das mal genauso an die Kante. Perfekt. Dann Alt X, Taste 3, runtersetzen das Ganze. Und wir grubbern los. Und ohne Flachs. Ich habe schon wieder richtig Bock. Einfach hier schön jetzt eine Bahn nach der anderen zu ziehen. und gucken, wie sich das gesamte Feld hier schön gegrubbert dann, ja, Stück für Stück aufbereitet. Und natürlich mache ich dann auch nicht alles, sondern nur so viel wie maximal möglich ist. Und wenn dann hier die Besitzerin im Haus ist, ne, dann wird auch einfach mal ein bisschen mehr Gas gegeben. Dann müssen wir auch nicht so ordentlich arbeiten hier. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen Gas fahren. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen Gas fahren. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen Gas fahren. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen Gas fahren. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen Gas fahren. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen Gas fahren. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen Gas fahren. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen Gas fahren. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen Gas fahren. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen Gas fahren. Die Anzeige kam gerade. Wir sind schon bei über 93 Prozent und dementsprechend haben wir jetzt hier quasi noch die letzte komplette Reihe, die hier steht. Mehr müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr machen, dann ist das hier schon alles erledigt. Ich habe mir gerade gedacht, Mensch, in der Zeit, wo ich hier diese simple Aufgabe mache mit meinen eigenen Geräten, kann ich doch, zack, wir sind fertig, theoretisch einen Helfer das machen lassen mit dem nächsten Feld. Und in der Zwischenzeit leihe ich mir nochmal so ein Ballenpress-Setup aus und mache dann da diesen Auftrag fertig. Also, ich mache das Ballenpressen und ein Helfer nimmt meine Maschinen und mache dann damit den anderen Auftrag fertig. Die Idee ist, wir haben hier jetzt noch Feld 77, das muss gegrubbert werden, das macht der Helfer. Und ich habe gerade in den Aufträgen gesehen, hier oben das kleine Feld Nummer 16. Ist zwar ein bisschen Gurkerei wieder für die ganzen Geräte hier hoch, aber das hatten wir ja letztens schon mit Feld 13. Dann mache ich eben schnell Feld 16, das muss dann hier wieder zum, als die Lage hier abgeliefert werden. Das ist alles nicht so wahnsinnig viel Strecke, ein bisschen Fahrerei, aber nicht so wahnsinnig viel. Und dann hätte ich alles erledigt und in der Zwischenzeit hat dann vielleicht der Helfer das Feld fertig. So die Idee und das testen wir doch einfach mal. Dementsprechend hätte ich dann hier, ja, das jetzt gerade abgeschlossen, Feld 77 macht jetzt der Helfer und Feld 16. Das ist nur, schade, das ist nicht und 16, oh, das ist auch Silage. Oh mein Gott, soll ich einfach beide machen? Das wäre aber viel, ey. Aber dann müsste ich nur einmal ausleihen und könnte beide Aufträge, das sind genau die gleichen Geräte, ne? Und könnte zwei Aufträge machen, das ist wieder Viehhandel. Das ist Silage, Ballenpressen Biogas, Ballenpressen Biogas, Feld 16 und 17. Feld 16 und 17. Ich mache die beide. Mehr Cash kann ich nicht verdienen. Und in der Zwischenzeit macht der Helfer das hier unten. Also, let's, let's, wir bringen den Helfer, äh, den Traktor da unten hin. Und dann fahre ich die Silage-Aufträge. So, jetzt muss ich nochmal eben gucken. Ist das hier? Ja, das ist es doch, genau. Also, richtig gefahren, das ist das Feld. Das müssen wir hier grubbern. Mit dem eigenen Gerät. Also, ab geht es. Ich fange jetzt hier an. Kann ich das, ja, Helfer einsetzen, kann ich. Ich setze jetzt hier den Helfer ein. Ich mache hier auch kein Vorgewände, weil ich vermute, hier ist genug Platz. Hier sind keine Bäume im Weg und so. Ich hoffe, dass der das einfach durchzieht. Und in der Zwischenzeit gehe ich dann schnell diesen Silage-Deals, die beiden Silage-Aufträge machen. Also, Helfer ist drin. Der Helfer fährt los. Perfekt. Und jetzt geht es in die Aufträge wieder. Auftrag. Das ist falsch. 16 und 17. Bloß keinen Fehler machen. 16 und 17. Geräte ausleihen. 17 akzeptieren ohne Ausleihen. Perfekt. Ich tapp mich weiter durch. Jawohl. Sitze hier wieder in diesem coolen, grün-metallic-farbenen. Doch, ich nehme das erstmal, dann das andere Ding. Und jetzt Gas, Alter. Jetzt Gas. Wettlauf. Im Wettlauf gegen den Helfer sozusagen. Ist der Helfer fertig oder bin ich eher fertig? Wahrscheinlich ist es der Helfer. Denn so ganz lange wird er ja dann doch nicht brauchen. So, wir sind schon da. Feld 16 und Feld 17. Die sind tatsächlich gar nicht so groß. Und ich gebe einfach Gas. Muss ich da jetzt gerade irgendwie ein bisschen aufpassen mit. Steuerung V für senken. Steuerung X. Okay, wird automatisch schon gemacht. Und B, Steuerung B. Beides einschalten. Und ich gebe Gas. Ich gebe direkt Gas. Ich ziehe auch einfach hier durch. Ist das eigentlich richtig? Bin ich überhaupt richtig, bevor ich hier durchbredere, ey? Doch, da oben. Doch, ist genau richtig. Nur die 15 oben drüber. Die darf ich nicht. Die sind ja winzig klein hier, die Felder. Eigentlich ist das nicht so schlecht, ey. Eigentlich ist das nicht so schlecht. Ja, jetzt muss ich echt ein bisschen gucken, wie ich das am schlauesten mache. Ich muss das auf jeden Fall ja gleich alles zusammenkehren noch. Und ich will auf jeden Fall auch alles mitnehmen. Also sämtliche, glaube ich fahre einfach im Kreis, sämtliche, ähm, sämtliches Grünzeug will ich mitnehmen. Weil das ja alles Boni sind. Das ist ja alles Bonus an, äh, an Silage sozusagen. Ich nehme auch ein bisschen vom Grünstreifen mit. Wobei ich dann vielleicht schon wieder eine Strafe kriege, ne? So, guck mal, läuft. Schnell rüber. Das nehmen wir auch noch mit. Und dann ist bloß gleich wichtig, dass ich das richtig mache. Der fährt sich aber gut, ey. Gut und wendig. Die Ecken muss ich auch alle mitnehmen. Und ich glaube, ich ziehe jetzt hier einfach nochmal gerade durch, ey. So. Dann haben wir nämlich da den Fitzel. Ja, nur für Lohnarbeit. Ey, 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 viel zu wendig, die Karre. Komm. So. So. Also dieses, dieses Teil an der Seite, ne? Dieser komische Auslieger da, dieser Arm. Das ist schon ein bisschen awkward, ey. Das fährt sich schon sehr, sehr, sehr komisch, ey. Mann, Mann, Mann. Aber ohne Flax, ne? Guck dir mal diese kleine Fläche an. Das ist wirklich ja nicht viel an Fläche. Und das kann man doch mal eben hier durchmachen. Ich meine, die Gurkerei ist jetzt das, was ein bisschen Zeit kostet. Die Gurkerei ist das, was das Ganze so ein bisschen jetzt einfach hier aufwendig macht und so. Aber im Großen und Ganzen ist das hier keine super schwierige Tätigkeit, ne? Und ich finde es einfach witzig. Es hat so ein bisschen was, ich weiß es gar nicht, ey. Von diesen, von diesen ganzen Games, wo du hier mit dem, mit dem, äh, mit dem Hochdruckereiniger die Wände sauber machst. Wie heißt das? Also einfach so ein Fleiß-Game ist das einfach so ein bisschen. Voll entspannt eigentlich. Eigentlich eine ganz witzige Sache. So, ich nehme auch hier den Grünstreifen mit, komplett. Jetzt fahre ich aber mal andersrum, rechts herum hier. So. Ist das angenehmer? Ich weiß es gar nicht. Könnte sein. Ne, bleibt auch ein bisschen was stehen. Okay. Aber das sieht auch ganz gut aus. Und wahrscheinlich sind wir gleich mengenmäßig sowieso richtig gut unterwegs. Zack, zack, zack. Alle, alle Ballen einladen. Ich mache das beides gleichzeitig. Beides gleichzeitig abgeben. Zack, eben die Silage hier für die zwei Felder. Ist doch der Hammer, ey. Ist doch der Hammer. Guck mal, wie ratzfatz das hier schon geht, ey. So. Wenn man das auch noch irgendwie ordentlich machen würde oder einen Plan hätte. Nicht so wie ich. Dann würde das wahrscheinlich noch besser funktionieren. So, das machen wir hier. Nicht ganz so schnell. So. Aber ich versuche gleich tatsächlich nochmal die ganzen Fitzelchen hier wegzumachen. Alles das, was hier gerade noch so ein bisschen übersteht. Das wird alles gleich noch weggefahren. Und dann ist das gut. So, das auch noch, das auch noch. Und gleich am Rand nochmal. Und dann holen wir uns gleich schon mal das nächste Gerät. So, der Schwader ist fettig und einsatzbereit. Also senken und aktivieren. Und jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen und wieder wieder, ich sag mal, ein bisschen ordentlich hier langfahren. Denn das Teil kehrt ja jetzt hier alles zusammen. Und damit muss ich jetzt tatsächlich vorsichtig eben, wie gesagt, sein, damit ich hier jetzt vernünftige Bahnen fahre. Oh mein Gott. Und schon geht's wieder los, ey. Ich hab mich schon wieder verfahren. Verdammt, ey. Damit ich's danach leichter habe, ey. Und schon gesagt, getan. Und ich achte nicht so auf die Reifen vorne. Und schon eier ich hier wieder rum, ey. Verdauere ich, verdauere ich, verdauere ich hier schon wieder. Ah. Und der Helfer, ich hab's gerade gesehen, der war schon bei über 40 Prozent, ey. Nachher ist der Helfer doch wieder schneller fertig als ich. So, komm, jetzt aber hier ein bisschen drauf achten. Ein bisschen Konzentration. So, alle schön zusammenschwadern. Zu einer vernünftigen Schwad. Heißt das so? Ich glaub, das heißt so, ne? So, zack, zack, zack. Das nächste Feld nehmen wir auch direkt mit. Dann kann ich mich gleich mit dem... Och, hier steht noch ein bisschen Gras rum, ey. Dann kann ich gleich direkt mit der Ballenpresse... So... Gleich alles schön in einer Reihe dann aufsammeln. Och, da lieg ich ja auch noch ein halber Ballen rum, ey. Und dann haben wir das. Aber ich glaube, ich hab tatsächlich... Opala. Einiges... Ich hab einiges vom... So... Einiges zusammengekarrt vom Rand auch noch. Das heißt, ich krieg da bestimmt noch mal eh so einen kleinen Bonus... An Fläche. Oder... Ich krieg einfach einen Abzug. Einen ökologischen Abzug schon wieder. Eine Strafe, wo ich nicht weiß, wofür. So. Jetzt erstmal hier wieder alles schön zusammenkehren. Und wenn das dann fertig ist, kommt dann hier wunderbar... Der Ballenpresser. Und danach ist es ja noch nicht vollbracht. Danach müssen die Ballen auch noch einfoliert werden. Oh, mal ein kurzer Blick hier auf den Helfer. Er ist noch schön aktiv, fährt hier seine Bahn. Er ist aber auch schon wirklich gut dabei. Also, Gas geben. Die Maschine steht da. Wir müssen jetzt hier senken. Ballen, Ballen, Zähler zurücksetzen, Ballengröße machen wir direkt hier auf 100... Oh, ich weiß es wieder nicht. Ne, ich lass die so auf die gleichen Größe. Automatisches Ablegen anschalten mit Y. Y ist, glaube ich, drinnen. Jetzt, das hattet ihr beim letzten Video geschrieben, Ballenpresse anschalten und senken mit V. Das ist hier vorne das Ding. Perfekt. Das heißt, wir fangen jetzt hier schön an, alles einzukarren. Und damit jetzt hier schön einballen nach dem anderen. Oh, jetzt muss ich aber auch gucken, dass ich die Bahn ungefähr kriege. Siehst du, da geht jetzt schon los, ey. Da geht jetzt schon los. Aber ich glaube, das passt so einigermaßen. Ja, und Tempo ist auch okay. Und theoretisch muss ich ja auch gar nicht so ganz hundertprozentig hier alles haben. Ich kann ja auch nochmal so dahinter herfahren. Und zum Schluss nochmal die ganzen kleinen Reste einsammeln. Wichtig, dass ich hier möglichst viele Ballen rauskriege, denn das ist einfach bares Geld. So, das ist doch schon mal nice. Lohnauftrag abgeschlossen. 77, das heißt den Helfer entlassen mit H. Das ist gut. Er steht hier so halb auf der Straße, hat ein paar Verkehrsschilder umgefahren. Das ist aber nicht schlimm. Das Gerät lassen wir jetzt erstmal hier stehen. Und ich mache jetzt hiermit weiter. Das heißt, der Auftrag ist erledigt. Und hier ist auch gar nicht mehr so ganz viel zu tun. Hoppala. Oh, ich habe vergessen anzumachen. Und das ist halt richtig nice. Also wir haben eins, zwei Aufträge. Wir haben jetzt gleich vier Aufträge. Das ist doch sensationell. So, der letzte Ballen ist in der Mache. Ich hoffe, das reicht. Wir sind bei 60 Prozent. Und das sollte dann jetzt hier die letzte Bahn sein. Mehr kriegen wir wahrscheinlich nicht zusammen. Es reicht tatsächlich. Ja, einen weiteren Ballen kriegen wir tatsächlich nicht zusammen. Jetzt heißt es noch Ballen wickeln, einladen, abgeben und massiv Cash machen. So, ich habe den Anhänger gerade auch schon mal geholt. Dann ist das schon mal direkt erledigt. Jetzt geht es ans Wickeln der Ballen. Und dann müssen wir gleich mal gucken. Ja, mit dem Anhänger geht das eigentlich ratzfatz. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind, ob die da alles aufpassen. Das Teil muss ich auch ausklappen. Genau. Dann automatisches Ablegen anschalten. Auch das. Und brauchen wir noch was? Ich glaube, das war es, ne? So, wir fangen mal an hier mit dem ersten. Zack, eingesammelt. Jawohl. Sehr schön. Der wird jetzt hier schön. Ab durch die Folie gejagt. Zack, abgeschnitten. Der nächste direkt sauber. Also ich sage es euch, mir macht das schon irgendwie Spaß, ne? Also das hier mit der Silage ist schon immer ein witziges Ding, ne? Mal eben hier so ein paar Silageballen durchziehen. Ist schon geil, ne? Zack, abgeschnitten, abgelegt. Nächster. Hammer, 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 hart, ey. So, zack, wieder eingefahren. Reingekippt. Voll gut, ey. Dann mal direkt den nächsten hier. In der Zwischenzeit direkt schon den nächsten hier anpeilen. Zack. Jawollo. Nächster. Nächster. Ist das nice, ey. Voll gut. So kann das weitergehen. So wird es weitergehen. Nein. Wenn das ist, redig. Okay. Fö tubul. Kuang. Und du прямо dentro. So, das Gerät steht bereit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn von diesen Silageballen habe ich jetzt hier. Die müssen noch alle schön aufgeladen werden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das sollte auch alles aufpassen, oder? Da passen auch bestimmt mehr als die 13 drauf. Zuletzt hatte ich 14 von den eckigen Ballen beim letzten Auftrag. Das sollte doch passen hier. Wobei die ja doch so türmchenmäßig hier drauf geladen werden. So, und das sieht doch gut aus. Ein Marshmallow hier nach dem anderen. So, ich sammle noch mal ein bisschen ein. Und der letzte Silageballen. Ist das so? Jawollo, das ist so. Also, ab, wegbringen, zack, wieder einladen hier. Jawohl, alles zumachen. Ist das der Hammer. Also, ohne Witz. Ich freue mich drauf, sobald ich das hier machen kann mit den Ballen. Das ist eine ganz witzige Sache. Das finde ich gar nicht schlecht. Das kann man gut machen. Und dann bringt das auch noch richtig gut Cash. Also, ab damit zur Biogasanlage. Ja, und das müsste sie doch schon sein hier, ne? Genau, hier ist sie schon. Also, mal eben schnell hier rüber. Und dann war das auf diesem vorderen Teil des Hofs. Jawohl. Und dann kann man da, ich weiß gar nicht, ob man da auch abgeben kann. Vielleicht nicht. Ich fahre einfach mal hier hin. Dann setzen wir da wieder rückwärts dran. Und dann drücken wir das Ganze einfach hier rein. So, einmal ordentlich dran setzen. Zack. Und dann setzen wir die ganze Ladung hier einfach ab. Oh, hätte ich vielleicht ein bisschen mehr gerade ziehen können, oder? So. Aber ich glaube, das wird schon passen. Zur Not drücken wir den Rest dann auch noch rein. Ballen entladen mit Z. Alles fährt sich jetzt schön nach hinten. Ist schon nice gemacht, ey. Ist schon nice gemacht. Wobei, das mit den eckigen Ballen war auch nicht schlecht. Die werden einfach komplett hochgefahren und stehen dann da wie so ein Turm. Und jetzt, flupp. Bladam, dadam, dadam, dadam. Jawohl. Habe ich alles erledigt. Abgeschlossen, abgeschlossen. 5.000 noch mal extra durch die verkauften Ballen. Das ist quasi ein ganzer Auftrag noch mal extra. Und eine Umweltstrafe mussten wir auch schon zahlen von 300. Naja. Lerum larum. Und jetzt gucken wir rein in die Aufträge. Und danach würde ich sagen, schließen wir auch den ganzen Monat ab. Also, wir haben eins, zwei, drei, vier Aufträge abgeschlossen. Eins hat der Helfer gemacht. Eins habe ich gemacht. Die beiden habe ich gemacht. In der Zeit, wo der Helfer das andere gemacht hat, mit dem Gruber. Perfekt. Also, abschließen, 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 abschließen. Von 37.000 auf 57.000. Das ist nicht schlecht. Das ist auch mal richtig gut. Das ist auch mal richtig gut. Ab ins, genau, jetzt müssen wir eben zurückfahren. Sauber machen. Und dann gucken wir noch mal kurz nach der Silage. Aber ich schließe auf jeden Fall noch den Monat jetzt ab. So, jetzt fieh vorsichtig noch mal eben hin. An Erschrägen hier vorbei. Kurz alles sauber machen. So. Das ganze Gerät hier, der Gruber. Da hat der Helfer aber auch ordentlich Gas gegeben mit. Hier meine Karre auch noch mal ein bisschen sauber machen. So. Dein Glänzer-Ding auch wieder. Jawollo. Ah, komm. 4,60 Meter. Bisschen Schnur ist da noch dran. Bisschen Kabel kann ich noch ziehen hier. Ich glaube, ist alles... Ja, ist alles. 6 Prozent Schaden. 30 Prozent Schaden habe ich auch in meinem Traktor schon. Hör mal auf, ey. Wann muss ich denn den reparieren? Gibt es eine Faustregel? Gerne mal in die Kommentare schreiben, falls du da Erfahrungswerte hast. Ähm, welche Auswirkungen hat das Ganze? Fällt das Ding irgendwann aus? Ist es langsamer? Ähm, pff. Habe ich schlechteren Ertrag? Lirum, larum, was auch immer. Irgendwas wird es doch an Auswirkungen haben. Äh, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. Lese ich mir alles immer gerne durch. Und beim nächsten Mal weiß ich es dann. So. Das ist erledigt. Ähm, das brauchen wir nicht weiter. Und jetzt geht es. Was haben wir hier? Ja, da haben wir doch bestimmt dann gleich, wenn ich jetzt abschließe, ja, den nächsten, den nächsten Ertrag. Ich schließe ab. Wir landen jetzt im November. Wir sind hier bei Wachstumsphase 1. Und das heißt, wir müssen die Silage rausholen. Das machen wir noch, oder? Vom goldenen Oktober in den immer noch goldenen, immer noch goldenen November. Aber es ist schon deutlich gelblicher alles. Krass, krass, krass. Sieht richtig gut aus. So, wir gucken. Wir haben, aha, guck mal hier. Mein letztes Verschieben. Dieser Palette hat was gebracht. Ich habe es hier an die Seite gestellt. Und schon stehen hier zwei Paletten. Und das ist doch schon gut. Das ist doch schon nice. 8 Uhr morgens. Es ist kalt im November. 8 Uhr morgens. Und es ist auch nicht mehr so richtig hell, ne? So, wir laden aber auf jeden Fall nochmal auf. Zack, äh, Umschalt R. Ah, er lädt automatisch auch oben drauf. So. So, Moog wieder. Kommt noch was nach? Wird noch ein bisschen mehr Honig hin platziert? Oder war das tatsächlich genau Punktlandung alles? Ja, ich glaube, das war alles. Das ist gut. Also, es kommt bisher erstmal noch keine weitere Palette. Das heißt, wir laden wieder ab hier, beziehungsweise stellen wieder ab. Zack, der Traktor bleibt erstmal hier stehen. Den brauchen wir bestimmt gleich noch. Und, ja, das ist auch gut. Und wir gehen erstmal gucken, was die Silage macht. Achso, Wachstumsphase 2. Bei, ähm, bei 3, Stufe 3, können wir ernten, ne? Das heißt, da warte ich auch nochmal. Oh. Vielleicht kann ich gar nicht ernten. Kann es sein, dass ich das Gras im Dezember gar nicht ernten kann? Wenn man anfängt. Und dann liegt das den ganzen Winter über. Liegt das brach. Oha. Das könnte natürlich sein, ne? Das kann natürlich sein. Silage. 100%. Tippy top. Mit R kann ich es öffnen. Oh. Oh, das ist praktisch. Ich öffne es einfach. Aber nicht alles. Höh. Höh. Okay. Ähm, ja. Wir haben die Folie noch drauf liegen. Erstmal ab rein hier. Ich brauche diese Schaufel. Ich hänge mal... Ich hänge erstmal die Schaufel und alles dran vorne. Und, ähm, dann hier mein, mein, mein Wagen. Den hänge ich auch noch mit dran. Erstmal brauchen wir das Gerät hier. So. Erstmal machen wir Licht. Ist ja schon halb dunkel hier. So, delele. Das. Nochmal schön dran. Na komm. Alter. In eins. Und jetzt vorne die Schippe dran. Zack. Lügt das Ding. So. Ja, ja. Schönen Bagger, Alter. Zauber, ey. Und jetzt immer den Bagger. Und hängen dann den Hänger da dran. Der muss gleich einsammeln. Ich hoffe, der macht das auch. Sonst bin ich genutzt. Aber ich glaube, da stand das dran, dass er das kann. So. Der Böttinger Silagehänger. Und dann gucken wir, wo sind die besten Preise. Beziehungsweise. Ich könnte ja dann auch noch bis im Dezember warten, oder? Weil dann sollten die Preise ja vielleicht sogar noch besser sein. Oh, ich hab mich verfahren, Alter. Ey, 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 ey. Komm, dann müssen wir nochmal eine große Kurve fahren. nochmal eine extra Runde. So. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Ähm. Pick up und so weiter senken. Ähm. Wie war das mit der Schaufel? Ah, genau. Schaufel, rauf, runter. Oh, aufpassen. Und... Macht der automatisch jetzt gleich hier das Ding hinweg? Muss ich das irgendwie anders machen? Kann ich die Folie wegschieben? Ladewagen anschalten machen wir erstmal. Und, äh, Pick up senken. Das ist mit V. Das geht vorne runter, jawohl. Und wir schalten ihn an. So. Schaufel mache ich erstmal nochmal wieder... Hoppala. Hoch. Jetzt fahr ich da mal so ein bisschen rein. Jawohl, er lädt. Jawollo. Er lädt sogar ganz gut, ey. Aber was ist hier mit der Folie? Was ist denn mit der Folie? Und ich mache es am Rand hier nochmal richtig ran. Oh, das ist aber Spack, ey. Ja, er nimmt alles mit. Oh, das ist gut. Gut, ich dachte schon, ich müsste das hier mit der Schaufel alles reinschieben. Das wäre es aber auch gewesen, ey. Aber wie kriege ich dann die Folie weg? Da stand gerade nichts mehr. Da bin ich ja natürlich genutzt, ey. So, jetzt schön hier an der Kante entlang. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Klappt das? Na komm. Ja, ja, ja. Kann ich hier durchziehen? Ich ziehe durch. Jawollo. Yes. 18 Prozent. 2.900 Liter Silage. Allerfeinste Art, ey. Äh, meine erste Silage, Alter. Überleg mal, ey. Tipptopp. So, jetzt muss ich nochmal aussteigen. Was ist da mit dem Ding? Oha, jetzt hänge ich hier fest. Hätte ich mir auch denken können. Immer noch? Immer noch. So, jetzt. So. Was ist hier mit der Folie? Da steht nichts mehr dran. Silage, Füllstand, 4000. Warum konnte ich den Rand abdecken und das hier nicht? Muss ich das schaufeln? Kann ich das wegschaufeln? Ist die Schaufel dafür gedacht? Warte mal, senken. So, flach. Erstmal runter. Ich sehe das vorne gar nicht richtig. Komme ich gar nicht runter richtig? Oh, wait. Okay, ich muss so vielleicht. So, jetzt fahre ich da vorher. Füllstand Silage. Zeig der mir an. Mit der Schaufel. Ich komme da nicht rein, ey. Hier abladen. Nee. Ähm, Pick abheben, helfen und so weiter. Geh. Muss ich das mit der Schaufel hier machen? So, jetzt habe ich mal eben den Hänger abgemacht. Ich fahre da nochmal extra rein. Nur mit der, hoppala. Nur mit der, heu, jai, jai. Nur mit der Schaufel. Vielleicht hat sich das irgendwie vertüddelt oder was. Und ich muss das hier einzeln rausschaufeln. So, gucken wir nochmal. Also, hiermit, mit dem, mit der Schaufel langsam runter. So, auf den Grund. Das geht nicht ab. Okay, ich bin unten angekommen. Alter, wie kriege ich denn die Folie runter, ey? Da muss es doch einen Trick für geben. Oh mein Gott, es hat geklappt. Oh mein Gott, es hat geklappt. Oh mein Gott. Es gibt einen Silage-Bag. Und keiner sagt mir das, ihr Lümmels. Das weiß man auch anscheinend, oder? Weiß man das? Es gibt einen Silage-Bag. Zack, und zwar, dass man diese olle Folie hier nicht abziehen kann. Also, man muss das irgendwie mit der Schaufel machen. Zack, jetzt ist sie ganz weg. Lol. Das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Jetzt habe ich gerade aus dem Hänger noch mal ein bisschen was herangeschmissen. Also, noch mal ein bisschen was. So, mal wieder abkippen. Noch mal gerade mit dem Hänger hier eine Ladung hingekippt. Eine kleine Menge. Und dann ging das jetzt auf einmal. Das ist ja eine... Ich habe schon gedacht, ey, was muss ich denn jetzt machen? Ist jetzt mein ganzes Silo im Eimer, oder was? Das ist ja ein Ding. Also, das scheint auf jeden Fall, oder das funktioniert, wenn dieser Silage-Bag oder Silo-Bag da ist, dann auf jeden Fall mit der Schaufel hier rein. Und wenn man schon was rausgeschaufelt hat... So, jetzt machen wir das Ding wieder an. Dann noch mal was hinkippen. Und wieder... Oha, jetzt bin ich ein bisschen spack da. Komm, komm, komm. Und dann tatsächlich wieder mit der Schaufel... Also, wenn es hingekippt war... Ja, klappt. Also, wenn man schon alles eingesammelt hat, wieder einen Haufen hinkippen, damit man dieses kleine Häufchen dann mit der Schaufel einmal so ein bisschen berühren kann. Ein bisschen was nehmen kann mit der Schaufel. Und dann klappt das. Oha, das ist ja ein Ding. Jetzt war ich ja schon gerade kurz vor Verzweiflung. Aber das scheint so zu funktionieren. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Na, guck, da bleibt ein kleiner Streifen hier noch übrig. Aber das sieht auch schon mal ganz gut aus. Hui! Krass, krass, krass. Und den Bug soll es schon seit dem LS19 gehen. Ja, hör mal, was ist denn da los? Das ist ja ein Ding. So, das letzte Fitzelchen. Sauber. Die erste komplette Fuhre-Silage. 9.159 Liter. Und auch das... Ne, jetzt gucken wir gerade noch mal eben. Das bringen wir jetzt weg. Oder bringen wir nächsten Monat weg. Wo waren die Preise? Silage. Wir sind... Wir könnten bis Januar warten. Aber weißt du was? Ich... Wir sind jetzt im November, ne? Ich glaube, ich bringe das jetzt weg. Ich bringe das jetzt weg, weil ich auch nicht weiß, was damit passiert hier im Hänger und so Sachen. Mit den Ballen später kann ich das dann schön liegen lassen. Bis in den Januar. Und hier machen wir das jetzt einfach weg. Und gut ist. Und dann gucken wir mal. Und wir müssen einfach nur gucken, wo sind jetzt die Preise gut. Wir sind bei... Beim Viehhandel immerhin noch ein bisschen mehr als bei der Biogasanlage. 185. Und der Viehhandel, der war allerdings... Mal eben markieren. Wie war das markieren? Da mit Enter. Der war, glaube ich, oben links auf der Mette, ne? Ah ja, genau. Hier blinkt er. Da ist der Viehhandel. Na doch gar nicht. Ah doch, ist ein... Na doch, gar nicht so weit. Das geht auch. Ja. Ab zum Viehhandel damit. So. Und da ist es auch schon. Da leuchtet die Säule. Und das kippen wir jetzt hier einfach komplett ab. Und ich bin gespannt. Nicht mal ganz 10.000. Das erste Gras, was ich ja ringsherum um das Feld herum aufgesammelt habe. Alles vom gesamten Grundstück. Alles weggesnackt. Und jetzt bin ich gespannt, wie viel das bringt. Ähm, entladen. Laden. Laden, laden, laden. Warte mal, ist das richtig? Hier. Überladen starten. Einfach nur I, ne? Ja, geht raus. Und bringt sofort Cash. Ist nicht so wahnsinnig viel, oder? 1.700, Alden. 1.700. Und dann noch eine Umweltstrafe für was auch immer. Irgendein seltenes Gänseblümchen habe ich mit abgemäht oder was. Ah, ich sage dir, ey. Das wird aber noch ein harter Job. Zum Glück habe ich nebenbei noch die anderen Aufträge gemacht. Wir sind bei 62.000. Und es ist einigermaßen erfolgreich gewesen. Und jetzt warte ich auf die nächste Phase vom Gras. Wachstumsphase 3 habe ich mir notiert. Dann ernten. In Wachstumsphase 3. Dann soll man bis zu fünfmal ernten können im Jahr. Und das ist doch schon recht viel. Und dann gucken wir einfach mal, wie das läuft. Und wenn ich dann schon genug Kohle zusammen habe, vielleicht mache ich einfach noch ein, zwei Aufträge. Und dann hole ich mir einfach schon für wahnsinnige 100.000 diese Ballenpressmaschine. Und dann habe ich die Sorgen los, oder? Ich weiß es noch nicht ganz genau. Du kannst auch gerne mal reinschreiben, was du meinst. Was wäre als nächstes sinnvoll? Neues Grundstück oder direkt High-End-Maschine? Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Einfach, wie gesagt, gerne auch in die Kommentare reinschreiben, was so dein Vorschlag wäre. Hattest du schon mal diesen Silage-Bug? Das ist ja Katastrophe, Algen. Das ist ja ein Ding. Aber zum Glück konnte ich das mit ein bisschen Silage ablegen. Beheben. Das ist doch gar nicht so schlecht. So, ich fahre jetzt wieder zurück. Und beim nächsten Mal, oder ich würde sagen im Livestream, machen wir dann weiter. Dann machen wir noch mal ein paar Aufträge. Und dann kommt auch wieder ordentlich Cash rein. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Das hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin. 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 Bis dahin.